ha ha und damit sag ich schon mal hallo und herzlich willkommen back to arno 1800 lecker monster energy oh warte ich weiß jetzt gerade gar nicht welchen habe ich denn überhaupt geladen ach den habe ich geladen na gut so wir wollten jetzt den aufstieg wagen weil wir alle bedürfnisse zufriedenstellen können und wir hatten ja im letzten stream auch noch mal alles schon mal alles hier vorbereitet für die eisen produktion das problem ist sobald ich ja nähmaschinen eisen stahl und alles das problem ist sobald ich damit alles ins netz geht droppt unser income so weit runter dass wir jetzt den aufstieg wagen und wir kriegen gleich wieder einfluss so warte mal was haben wir hier eigentlich denn für ein addon bei das arbeiterhaus und handwerker haus das arbeiterhaus und handwerker haus gut dann können wir ja auch hier aufsteigen oh die brauchen ja stein warum haben wir nicht so viel stein ich habe noch mal zwei ziegelein mehr hier hin denn we need more stein gut ha 115 einfluss haltet das förderband an Oh, eine Inspektion. Oh, 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 ich habe was vergessen. Ich fühle mich geehrt. Ich muss ja alles abschalten, was wir noch nicht haben. Ah ja, stimmt, Paprika habe ich ja da drüben auch noch nicht. Ah, schade, ich muss leider Konserven hin und her schiffen. Aber das macht ja kein Problem. So, ich werde hier jetzt allerdings so weit gehen, dass ich keinen Stahl mehr haben will. Weil diese Insel hier jetzt den Stahl selber herstellt. Hä? Oh, das habe ich hier komplett vergessen. Wir machen hier nichts mehr, so. Wie viel Kohle, ich habe... Zwei Kohle vorkommen. Äh, drei und drei Eisen. Ah, sollte erstmal reichen für den Anfang. Wann machen wir weiter? Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich ersetzen würden. Spielstand gespeichert. Ja, da wollen wir mal so ein bisschen die Stahlproduktion ankurbeln, wa? Auf jeden Fall erstmal die wichtigen Gebäude ausbauen. Brauche ich hier nicht Kanonen? Hier, ein kleines Dankeschön. Kriegsschiff meldet sich zum Beat. Ja, Volldampf voraus. Wer weiß, wohin der Weg dich führt. Du bist uns allen ein Vorbild. Oh. Zum Horizont. Das wäre was... ...für die alte Welt. Na, lass mal kurz gucken, wo ist denn das Schiff? Ah, der fährt da gerade rein. Ah, hm. Hey, für Piratenjagd nicht. Piratenjagd... ...ja, bringt was, wenn du... ...de... ...dein Schiff mit nix losschiffst. Ach du, hat Piratenjagd nicht. Ach du, hat Piratenjagd nicht. Ein goldener Käfig, oder? Wobei, ich brauche hier auch ein Zoo. Ich werde hier auch ein Zoo bauen. ...ja, ich werde hier auch ein... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 so wie sieht denn der da nicht sie gehören eher zu den unteren 10.000 hieraus in domhausen weil man hier auf den zoo hin weiß ja nicht wo ich das hier herkriegt Leute ich wusste ich dass man das kann Alter mach mal lauter den scheiß Spielstand gespeichert erwarten neue horizonte Wo kommt denn das her? yeah i ja ja Amen. Schade, schon zu Ende. Schau, es war ein ziemlich kurzes Musikstück, aber ein ziemlich geiles. Alter, ganz ehrlich, ich werde jetzt so weit gehen und Nähmaschinen verkaufen. Ah, ist das ein Fehler? Nein, es ist kein Fehler. Alter, ich habe so viel Kohle. Stimmt, hier habe ich ja schon die Dinger. So, einmal zurück. Ich weiß halt nicht, wo ich die Dinger herkriege. Kannst du diese Sache auf den... Du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erledigen. Sind unterwegs. Halt. Vorher speichere ich. Crown anhalten. Ich fahre mit dem Tauchboot, weil das so verdammt schnell ist. Schiff unter Beschuss. Spielstand gespeichert. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff stand gehalten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? hoch selbst bei diesem hellen selbst mit eurer hilfe wird es kaum gelingen fotografieren sie die schule ich habe zwar kein plan welches von den gebäuden jetzt die schule ist aber ein springbrunnen freud voller neuigkeiten aber das wäre was für die hier hier sind wir die klüsse so let's go dazu hin nicht allzu viele änderungen hoffe ich erwische ich sie bei besonders guter laune direkt ich danke ihnen für das vertrauen direktor hallo ich habe ich weiß von bekannt ich habe dazu gebaut du bist schneller als der elektrische telegraf ja was wir jetzt machen ich kann mich nur bedanken so die wichtige frage ist wo kriegt er seine musiknode her ich bin ganz beschämt kann ich das ding schon bauen nein der nicht angriffspakt wurde beendet ich brauche musiknoten hat hier irgendjemand aufgabe für mich warte mal ich muss hier drüben noch ein besucher haben wurde beendet erwähnt ihr schon mal dass ich diese musik liebe ein konkurrent hat eine siedlung errichtet das fielen kanonen dann brauche ich also doch kanonen hier Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Äh, Alter, die Insel ist so groß. Ich finde mich hier drauf nicht zurecht. Zurecht. Die Nacht dieser Stadt wächst mit jedem neuen Tag. Tut sie das, Leute, ich habe hier noch gar kein Lagerhaus. Welch freundvolles Abbild von Ihnen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, lass mal sehen, wie steht es dann hier. Ah, Wolle ist am Grenzpunkt, Arbeitsklamotten gehen hoch. Ich werde mal gucken, ob ich... Oh. Möge es sich ein freundlicher Geist meiner Wenigkeit erbarmen. Versorgen Sie ihn. Ja, Nähmaschinen kann er kriegen. Äh, warte. Scheiße. Scheiße, kann er kriegen, sobald ich acht Stahl habe. Und wie das aus mit Mehl? Oh. Äh, da muss ich mal ganz kurz einen auf diesen hier machen. Die Waffenruhe wurde beendet. Huch, wie soll ich jetzt plötzlich so viel in Kamm? Ist hier drüben wieder eine Festlichkeit? Nö. Wo kommt das in Kamm her? So, was brauchst du? Oh, wie viel Holz habe ich? Ach, ich habe heute eh. Mach's. So, lass mal kurz den Stahl aus. Mal weiter. Sie leisten so viel. Darf ich erneut wagen anzufragen? Auch wenn wir kein Dummkopf sind, werden wir hier die Hilfe von Gelehrten in Anspruch nehmen müssen. Ja, ja, Uni, Universität kommt doch. Spiel doch mal deine Bechte. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. So, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal wieder Brot... Stopp die Maschinen. Zack. Also gut, Jungs. Ran an die Arbeit. Zack. Zack. So, Stahl geht auch wieder ans Netz. Zack, zack, zack. Da haben wir Fehlzeit einfach nur an Stahl. Am Karsten, Alter. Wir fehlen die Rohstoffe. Wir fehlen die Rohstoffe. Geil. arbeitet los wie geil muss das hier zu arbeiten egal muss das sein egal wieso kriegst du wenig stahl das wollte ich ausbauen ganz ehrlich ich glaube ich muss doch noch mal wieder stahl die insel eines konkurrenten wird belagert kann noch keine uni war uns konkurrenten wurde eingenommen weiß die insel eines konkurrenten wurde eingenommen von wem ist jetzt diese insel warte mal mit wem hat er den speichert dann hat der seine insel sehr gut gemacht kollege die insel Ah, ah, lol. Jetzt bist du dran. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Ich fahre erstmal hier hin zum Tauchen. Ah ja, ich wollte ja Weber rein und noch mal kurz abstellen. Schiff unter Beschuss. Oh, wieso hat Bier gerade so eine Down-Phase? Das ist allerdings kein Problem. Dann mache ich einmal diesen hier. Und schon soll das Problem erledigt sein. Abdrehen beginnen. Besonderer Short. Oh. Gut, dann let's fall zu die Sky hier. Warte mal. Wirklich? Keine Änderungen? Erwarten neue Horizonte. Der Hafenmeister muss ich ja sowieso bauen, ne? Und dann baue ich hier nochmal hier hin. Hast du was anderes als abgenagt? Ich sehe immer wieder die gleichen Gesichter. Zum Horizont. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Oh. Ja, ganz genau, wie ich es mag. Ja, das mache ich. Du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erleben. Alter, mein Schiff ist noch nicht mal im Hafen angekommen, ja? Schil mal deine Base, okay? Genau so wie letzte Saison. Oh, durch die Besucher kriege ich im Moment so viel Einkommen. Ah, wie sieht das hier drüben aus? Ich meine, Domhausen ist nicht so geil. Ja, Domhausen ist wirklich nicht so geil. Ah, warte mal, gab es hier noch eine, äh, Aufgabe? Oh, der Typ hat was, aber... Ich, wenn ich nur wüsste, wo ich, äh, diese komischen Dinger für den, den, den Musikpavion hinbekommen. Herbekommen, meinte ich. Äh, ey. Neue Befehle? Warte mal, die Schiffe da gefallen mir gar nicht. Da muss ich jetzt mit denen zusammen rüberfahren. Nützt alles nix. Aber, das bedeutet da hinten Trouble. Neue Befehle? Trouble in Terrorist Town und in der Zeit brauche ich hier nochmal ne Anlegestelle. Ach ne, die hatte ich ja hier. Wir werden diese sonnigen Gefilde zu unserer Sommerresidenz machen, sobald die Hauptstadt eingeweiht wurde. Neue Ziele? Hm, nie, diese Blessed, llegue nicht noch. Hoch, wird genau kenneng Sustainable aus. Neue Blanche! Me sharp! Ja kaputt, mein Schiff! Neue nuestros sympas flying in lalu momento! Es war nur warum das governante Atl Kor norrante Ancient derゴルチ organize. B, 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 b. Siehste, ich wusste, dass diese Schiffe hier Ärger bedeuten. Oh! 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 Sie helfen uns, oder? uns geht so gut da kommt man auf verrückte ideen fotografieren sie die kämpfer ich sehe zwar keine kämpfer aber hey also ich werde noch mal kurz speichern Spielstand gespeichert mal schnaps brennereien hier habe ich sie habe ich in der hand perfekt ich jetzt macht sich das bezahlt dass ich mit gedacht habe losen enden verbunden du bist ja schnell wieder zurück da kriegt er ein herz an fahrt so hat habe ich auch hier alle mal so ich müsste theoretisch hier irgendwie eine handelskammer für die bier brennerei gedöhnt was hinkriegen es entpuppt sich aber als schwerisch oder scheiße das passt nicht das kann ich das hier problemlos hinsetzen da euch den hier weg setzte hier in der handelskammer hin und packe das ding hier rein positivität plus 35 prozent wenn das mal nix ist dauerhaft unterhaltskosten minus 6 nein die menschen lassen sie hoch leben sie haben an einfluss gewonnen siehst du da kann ich doch mit sicherheit nochmal Kartoffelfelder ich mache mal den weg wir stecken hier viel herz blut rein den und den und den und den wie sieht das eigentlich aus hier bei brot aber mir geht auch hoch dann mache ich den nochmal aus hier so wie schaut es beim bier aus da kann ich theoretisch jetzt auch eine boah mach mal den hier weg hier ach wegen dem blöden bierfest haben sie jetzt hier auch plus 50 prozent finde ich gerade nicht so geil das heißt ich darf wegen solange das bierfest jetzt am start ist lieber erstmal nix mehr bauen das heißt die nächste halbe schulter wird doppelte geschwindigkeit mal die nächsten 15 minuten darf ich hier neu dumm haus jetzt erstmal nix bauen ja wobei ein bisschen was kann ich bauen denn wir brauchen ja hier noch kanonen so mehr werde ich aber nicht bauen außer nochmal an der universität außer nochmal an der universität na los das sind müssen doch jetzt gib mir dir 40 schleudel die universität ist so warum passt die hier nicht rein hier ist das ideal wenn ihr hier reinpasst dann mache ich mal eben den hier dann wird das jetzt zwar leider wurde beendet ein bisschen asymmetrisch verdammt ich habe eine straße die insel eines konkurrenten wird belagert man sagte ihr hättet etwas für uns oh der nebel lichtet sich dank euren experten für ihre brillianz bente du schaffst das ne ja das schafft sie warte mal ich hab hier noch gar keine universität ne spielstand gespeichert ich brauche hier auch eine uni naja dummhausen ist sowieso im allgemeinen bisschen die augen glänzen verworren komisch ich kann ach hier kann auch gar keine uni bauen weil ich habe hier sowieso nicht genug leute gut dann kriegt dummhausen keine uni aber ich fand nachlässige dummhausen sowieso im moment gerade total tipptopp hoch boah alter wie soll ich denn das finden so machen wir kurz hier ein bisschen langsam also es ist eine insel die sieht so aus das hier ist die einzige insel die so aussieht na super ein letzter blick erwische ich sie bei besonders guter laune direktor kompromissloser journalismus ich kann hier nicht tauchen die muss hier noch so ein popel haben ist das die insel oder ist das diese insel hier die sieht nicht mal annähernd so aus zum horizont aber der einzige weg das herauszufinden ist das schiff hier hin zu fahren schiff unter beschuss aber vorher werde ich speichern die insel eines konkurrenten hat einem angriff stand gehalten so jetzt fahre ich erstmal zu ihm hier abdrehen beginnen kann ich ja auch so tauchen ohne aufgabe warum lasse ich sie überhaupt in meine nähe sind unterwegs naja fahr mal hier hin hier sind wir noch safe nochmal kurz zwischenspeichern spielstand gespeichert so er hat ja auch kriegt er hat aber einen waffenstillstand ist nicht gut das heißt dann bin ich bei seinen insel gar nicht sicher vor ihm so jetzt segel ich hier hin es muss diese insel sein abdrehen abdrehen der ist problem ihr habt mich nicht gesehen sehr schön Die Krankheit ist ausgebrochen. Oh. Habe ich, habe ich, oh, ich habe gar keine Crankenhäuser. Jetzt habe ich Crankenhäuser. Alter, die brauche ich hier auch. Ich brauche Crankenhäuser. Ich brauche Fenster. Alter, jetzt kommt hier aber alles ganz dick. So. Chord zwischenspeichern. Und jetzt will ich gucken, ob es diese Insel ist. Spielstand gespeichert. Ich hoffe, dass ich mein Schiff nicht verliere. Schiff und der Beschuss. Also hier ist es nicht. Ein Schiff wurde zerstört. Ich weiß gar nicht, ob es diese Insel ist, aber dies ist die einzige Insel, die so aussieht wie auf der Karte. Oh, mein Gabelstapler fährt runter. Das Ding hier, yo. Hö. He 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 he. Hui. Oh. Ha ha. Lustig, wenn man nichts sieht, wa? Na gut, ich mein, so sieht man auch nicht mehr aus, außer meine hästige Phrase. So. Wir sind am Ladentun. Piu. Oh, den darf ich gar nicht zeigen. Hier ist Werbung drauf. Egal, die erkennt man nicht. Da, 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 da. Oh. Jawoll. Oh. Der, die ist mein Mikrofon. Ah, hier wär's mal alles kaputt hier. Der, die ist mein Staubwischer. Den müsste ich gar nicht mal auswischen. Ohne Spaß. Jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze, muss ich erst mal Staub wischen. Ich wisch hier, an meinem Schreibtisch bestimmt, fünfmal am Tag Staub. Einmal morgens, zweimal mittags, dreimal abends. Das ist richtig heftig. Wie kann man da was gegen tun? Das hier staubt hier so schnell ein bei mir. Das ist der Wahnsinn. Ich mag das nicht. Das ist mein größter Feind. Das ist der Staub. So, hier. Ich hab die Marke zugehalten. Das ist N. Nonstar ist das. Nonstar der Blaue. Beste Energie, wo es gibt. Auf jeden Fall. Ich hab ein Staubproblem hier. So. Alter, wie kommt ein Brotgrübel unter meine Tastatur? Beim Fall. Ich hab ja doch ja kein Brot gegessen. Wussten Sie, dass Sie insgesamt zwölf? Da sind wir wieder. Oh lol. Ich fahr jetzt mal von dieser Seite an diese Insel ran. Oh, es könnte natürlich auch diese Insel hier sein. Zum Horizont. Das ist er aber nicht. Nur dank deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. Sind unterwegs. Die Epidemie wurde besiegt. Na dann. Aber ich glaube, dass diese Insel hier ist. Oh, und ich glaube, dass es sogar auch diese Seite ist, weil hier ist halt das Ding hier. So, ich werde nochmal speichern. Spielstand gespeichert. So, wo genau ist das Kreuz? Oh, das ist hier drin. Das ist natürlich nicht so gut. Zum Horizont. Hä? Schiff und der Beschoss. Es ist nicht diese Insel. Und was trifft... Ach lol, der hat eine dicke Beate. Wäre kein Krieg, könnte ich mich darum kümmern. Welche Insel ist denn das? Es gibt ja keine Insel, die so aussieht. Ich verstehe diese Suchenaufgaben, ne? Oder, ne, diese Insel kann das nicht sein. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Insel hier ist. Andererseits könnte das auch hier sein. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Leute, ich habe vergessen, wo ich mein Schiff hingeschickt habe. Schiff und der Beschoss. Oh, ja, 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 ja. Abgehen! Platz für neu! Pfff, herzlich willkommen im Ladebildschirm. Lade, 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 tralalala. Lade, lade, schubtidu. Oh, das Mobiltelefon ist voll. Naja, ich bin mal kurz AFQ. Alter, wie schnell war der Lade? Warte mal, ne, ich fahre erstmal in diese Richtung, ich glaube ich habe meine Schiffe gerade, mein Schiff gerade hierhin gesteuert, nicht? Ha, nöch? Warte mal, hier ist sowieso gerade alles am Eskalieren wegen dem Bierfest, normalerweise bräuchte ich nochmal so ein paar Depots. Um die Lagerkapazität hier ein bisschen zu erhöhen. Ah, jetzt geht gerade alles runter, weil ich gerade geladen habe, ich weiß nicht warum das immer so ist, aber gut. So, normalerweise ist hier oben jetzt keine Bedrohung, deswegen kann ich jetzt hier mal straight in diese Richtung durchfahren. So, wenn es diese Insel nicht ist, dann scheiß auf diesen Auftrag. Aber es ist safe nicht diese Insel, das kann sie nicht sein. Erst mal gucken, was will er hier von mir. Jetzt bist du dran, meine Hände sind fertig. Weil wir da sind ja mein Schiff gerade in der Nähe. Worauf warten wir? Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, lass nochmal kurz Sparjohn. Und dann fahre ich jetzt mal her, das ist, das kann nur dieser Popel sein, hier. Spielstand gespeichert. Der ist hier viel größer. Zum Horizont. Der hat aber auch seinen Vorteil, so kann ich hier ein bisschen Zeit überbrücken. Ich habe lange an meinem Krieg. Wie lange geht das Bierfest noch? Vier Minuten. Da bin ich mal gespannt. Es war klar, dass es nicht diese Insel ist. Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Mal drehen! Oh, kann das vielleicht nahe. Hier kann das nicht. Na ja, das hier sieht ganz anders aus. Sind von der Wicks. Bis ans Ende der Welt. Wo ist das denn jetzt? Abdrehen beginnen! Wende, manöver! Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Digga, was sind das alles für? Inseln! Sonneinsel hier, wo es wird. Ist das hier vielleicht irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Das hier sieht nicht mal annähernd so. Wieso kann man nicht weiter rauszoomen? Ich will weiter rauszoomen. War hier nicht irgendwas in den Einstellungen? Was ist das? Was ist das? Ist das vielleicht hier? Also hier war ich schon. Was für eine Insel ist das? Diese hier, ja die kann das nicht sein, das hier sieht nicht mal, hmmm. Ne, das kann nicht hier sein, das sieht hier anders aus. Ähm. Abdrehen beginnen. Falldrehen. Warte mal, ich will mal kurz was überprüfen. Kann das sein, dass ich grad die eine Stelle gefunden hab? Und zwar diese hier. Ich glaub da zwar nicht, dass das diese Stelle hier ist, aber... Ich überprüfe das, Mann, ey, das kann nicht diese Stelle sein. Weil das sieht ganz anders aus. Wir wären dann soweit. Dürfte ich Ihnen diesen überhause schmackhaften Apfel überreichen? Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Was war denn das hier? Ah, das muss ich auch noch lesen. Abdrehen beginnen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß, du wirst das Schiff schon schaukeln. Kein Plan. Ist mir jetzt aber auch egal. Scheiße auf diese Aufträge. Fälle mal vielleicht schöne Sachen, aber... Ach, verdirrend. Neue Befehle? Neue Befehle? Oh... Oh... Mein Streben verfängt sich zumeist in Träumereien. Vor allem die Insel sind ja auch alle in der Mitte abgebildet. Ich habe keine Ahnung was das hier für welche Insel sind. Aber das ist mir jetzt auch ziemlich egal. Krankenhaus. Feuerwehr? Habe ich eigentlich Polizei? Hm. Ist er vielleicht hier? Nein. Das könnte tatsächlich hier sein. Alter wie komme ich denn jetzt da oben hin ey. Da will ich doch gar nicht hin. Hier will ich hin. Sind unterwegs. Upsa. Jawoll es ist hier. Die ganze Mannschaft steht hinter ihnen. Spielstand gespeichert. Zack. Und zack. Kann ich hier eigentlich Segel einladen. Kann ich. Perfekt. So dann gehst du mal runter zu Bente. Hör mal. LAN. Bender Meneuver. Wenn du mal runter. Super. Du bistlange. Justine Stein. John, nur noch sehr schön. Du hast du dreams. Wenn du den du kennengeler hast. Dann gehst du mal runter. Du bist nuit. Du wirst du mal runter. Du bist. Spielstand gespeichert. Zum Horizont. Sind unterwegs. Wende-Manöver. Abdrehen beginnen. Hm. Ich hätte gedacht, dass es hier vielleicht sein könnte, aber offensichtlich ist dem nicht so. Oh, naja. Zum Horizont. Die Treuhänder hatten schon nach die... Die Jorgensen Stiftung ist mehr als dankbar. Abdrehen beginnen. Dieser Archivell war eins der Spreunden. Sie sind nicht ganz weit raus. Ja, sorry, aber wenn ich die Scheiße nicht finde... So, wir speichern nochmal. Und dann lese ich mal das Tagebuch. Unter Befolgung des kündlichen Befehls. Die... Die Flott-Tille von Admiral Blablabla. Urarmen so und so. Ja, das ist viel zu viel. Admiral Nadasky schreibt hier, dass er sich bewusst den Befehlen unseres Vaters widersetzt hat. Dieser mieser Verräter. Vater hätte ihn köpfen sollen. Aha. Oh. Boah. Bereit für den Einsatz. Hm, welche Insel könnte das denn hier sein? Oh. Finden sie die Orte, die in Blablabla erwähnt werden. Die Wachhunde, die Schmugglerhülle der Wachtturm. Das sieht mir da aber ziemlich stark nach Trouble aus. Deswegen... Muss dieses Schiff jetzt mitkommen. Lotte segelt in Formation. Nach Trouble in Terrorist Town. Hahaha. Ich träume von mehr. So, tust du das. Verdammt, ich hab hier gar keine Jagdgründe auf der Insel, war. Hier drüber hab ich Jagdgründe, aber wozu heute sollen die hin? Ach, ja, kann die Jagdgründe, aber hier hab ich... Ha, Sal Peter. Cher Peter. Brrbrrbrrbrr... Nananana... Hm. Ich hab noch keiner... Doch, ne Machine Bottom gekauft, äh, bring' aber auch nicht viel, ne? Ach, ja. ich bin bereit wo sind noch meine karten abgeblieben oh lol ernsthaft das ist in der alten welt kam wunder dass ich das nicht finde dieser ort entspricht den beschreibungen aus einer das die tagebuch macht die taucher glück klar sie winken uns und wir folgen ins nasse grab so ist dazu nicht allzu viele änderungen hoffe ich sieh an der idiot ist zurück ich vermissloser journalismus wenn ich hier ein schiff kaufe das wird niemals heil ankommt ich wollte gerade ein wenig durch lüften und der fregatte tut es auch da drüben laut tagebuch war es hier wo alle schiffe gesunken sind blotter erwartet befehle genug süßwasser matrosen versenkt für heute ich bezahle kein geld blau rock vergiss es spielstand gespeichert spielstand gespeichert spielstand gespeichert spielstand gespeichert spielstand gespeichert spielstand aber kümmern wir erst mal um holz schrott schöner nicht auch dass dieser ordner dass dies beschreibung nahe kommt die künftige adler auf der spitze fehlt dies ist nichts als ein stab ab wenn das so ist wie schente dachte es wäre klug das zepter unser nationalheiligtum in drei teile zu zerlegen und auf drei verschiedene schiffe zu verteilen um seinem verlust vorzubeugen nun ja das was wir stattdessen verloren war unser glaube an den sieg ist dem so darf ich weiter träumen neue befehle es seht nur wir befinden uns in bester gesellschaft hier sind jetzt schiffe ein springbrunnen freudvoller neuigkeit kriegschiff meldet sich zum dienst so wenn du mir sagst wo ich das tagebuch finde hier falls wir auf diesem friedhof noch etwas finden sollten können wir auch gleich die geier beteiligen ich habe mich gerade mit ihrem lächerlichen erbe befasst wir kümmern uns hier um alles kein platz mehr frei ich werde einen moment lang die füße hochlegen das ist ein nein ich habe aussehen rausgetappt bitte nicht abschmieren nein bitte nicht tu mir das nicht an aber da ist das game wieder so wie gesagt haben wir eben speichern wo war ich jetzt nicht gerade stehen gewesen was wollte ich machen ja noch mehr depots spielstand gespeichert angriffsgeschwindiger plus 15 pro sie haben an einfluss gewonnen habe ich das ich schwanke noch zwischen nichts haben so sag mal wie das hier drüben aussieht magazin weil drüben sieht außerweise mal alles gut aus warum stelle ich ja nicht hier keine kanon her alles anhalten neue ziele na was wurde gedroppt kanon an die segel und brassen so der fin kommt gleich rüber die menschen lassen sie hoch leben ach nö nicht schon wieder ein stadtfeld ich habe kannst du diese sache auf den grund gehen das war's jetzt lass mich in frieden oh ja hier meine ecke sind unterdags schrott Einfach nur schreitende Manöver Abdrehen beginnen Oh, hier muss ich zwar gar nicht hin, aber gut, ich bin gerade hier in die Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt Ich kann dir schon was zusammenbauen Aber da Oliveira vor kurzem genau dasselbe haben wollte Fehlen mir nun die Baumaterialien Abdrehen beginnen Das ist ja kein Problem, ich habe weiter wie hier noch da kann Kannst du mal weg gehen hier oben? Warum sieht man das jetzt eigentlich, ich verstehe es nicht Mal sieht man es, mal sieht man es nicht, ich habe keine Ahnung Erhöht Chance Maschinen zu finden Taucherglocke für Raritäten Aha So, also 5 Stahl ist ja kein Problem Ach, da steht das, naja gut Auf Kurs halten Da kannst du erst mal stehen bleiben Da kannst du erst mal stehen bleiben Da kannst du erst mal sehen, ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, tschau und tschau und ernsthaft? Hast du alle losen Enden verbunden? Meine wohl größte Erfindung. Das Signal tastet die Umgebung ab wie unsichtbare Hände. Und ich hab da. Dieser Klang bedeutet Gold. Ein Echolot. Es muss hier irgendwo sein. Sucht den Grund ab. Neue Befehle? Erreiche die Tauschstelle mit Hilfe des Echolot. Er zieht helle Köpfe magisch an. Entschuldigen Sie, mein Kofferinhalt liegt überall verstreut herum. Na, dann hebe ihn doch auf. Schaden an Siegelschiffe. An die Segel und Brassen. Erreiche die Tauschstelle mit Hilfe des ZDF. abdrehen beginnen ball drehen wo wurde ich gerade angeschossen schiff unter beschuss erwarten neue horizonte meine güte ich habe ein bruchstück des zepters gefunden aber wie soll ich das jetzt zusammenfügen ihr müsst wissen das letzte was ich möchte ist eine wiederholung der tragödie auf ihren befehl die waffen ruhe wurde beendet sind unterwegs oh ich glaube ich bin über der mine gefahren kann das sein oh nice abdrehen beginnen wende manöver zum horitzort zum horitzort sind unterwegs abdrehen die insel eines konkurrenten wird belagert wende manöver abdrehen beginnen abdrehen es ist tatsächlich nicht schlecht das echolot war ball drehen abdrehen 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 nah ja ich mache jetzt das ding mal aus und fahr nochmal hier hin Haltet sie auf Kurs! Beantwuchsgetreideform und Paprikaform. Das ist ja nur... Das ist ja langweilig. Die Waffenruhe wurde beendet. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Die Waffenruhe wurde beendet. Die Waffenruhe wurde beendet. Ah nein Ach ich hab vergessen ein Schiff hinzuzufügen neue Ziele pünktlich auf die Minute Kompromissloser Journalismus die Feierlichkeiten sind beendet die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verriegt Oh Wurst ist gerade ein bisschen down Stopp die Maschinen zurück an die Maschinen So die Sky aber kein Problem that kriegen wir hin Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr Wann gehts hier denn mal weiter? Gut dann sehe ich mal nach den Kleinen Es mangelt an Arbeitskraft Aha Aber mehr Paprika Plantagen kann ich leider nicht Ui der fährt voll schnell Gut dafür wäre jetzt gesorgt Warte mal ich schalte das nochmal an hier Habe ich jetzt noch nix gefunden Das Echolot Drehend beginnen Zum Horizont Wenn wir beide in den Heuhaufen hechten auf der Suche nach dieser doch sehr speziellen Nadel dann ist die Chance groß dass sich zumindest einer von uns einen blutigen Daumen holen wird Abdrehen beginnen Vollschluss glücklich leiste ich die Welt Ihr wollt also alles oder nichts spielen Dann beeilt euch Wir werden nicht ohne unser Zepter aufbrechen Na dann Zum Horizont Spielstand gespeichert Mal sehen was hier was sich hier verbirgt Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken Tut sie das? Gott dann feiert erstmal hier hin Mit das Schiff So mutig und so viele Leben gerettet Boah Lass er wieder aufbauen Die Flammen wurden gelöscht Das Flammen Ist das aufregend Eine Berühmtheit ist gerade angekommen Oh ja, dein Ernst Was kommen hier mal die Leute hin? Ein Pirat Was kann der? Schaden pro Schuss Plus 10% Oh, ich hab hier sogar noch was frei Na dann Pirat Komm mal ran hier Ah, das ist echt gelohnt Hat wieder was detected Aber Das ist jetzt gerade egal Ich lese mal kurz das Tagebuch Nadaski beschreibt hier Dass die Helden Die das Blatt zugunsten meines Vaters wendeten Verschollen sind Und nie mehr gesehen wurden Aber vielleicht gibt es noch die Möglichkeit Ihrer Spur zu folgen Unser Versprechen Im besten Interesse unserer beider Nationen Erkläre ich Vasco Oliveria Silber Diener seiner Majestät des Königen Blablabla Den Teil des Kapu Ach, das ist doch Das interessiert mich doch überhaupt Nicht, was hier steht Fakt ist Folgen Sie Hinweisen Und finden Sie das Wrack Der HMS Ajax Öh, Ajax Abdrehen beginnen So, ich liebe das Ecolot Deswegen pehlt sich nochmal los Oh, und speicher nochmal eben Neue Befehle Ob, dann Ecolot hat wieder was eingefangen Spielstand gespeichert Ball drehen Sind unterwegs Oh lol, so viel Gold Alter Abdrehen beginnen Die Maschine hat er auch nicht gefunden Und was war jetzt hier Ball drehen Sind unterwegs Ball drehen Zum Horizont Wende Manöver Abdrehen beginnend Ball drehen Ball drehen Ball drehen Ich glaube sie werden mich am Ende nur ausbremsen Werdig das Werdig das nach der schrottigste schrott alles klar so ich bitte nochmal hierüber gar nicht so schlecht ich danke ihnen für das vertrauen direktor er hat wieder was gefunden vermutlich ist unangenehm ist weshalb drucken sie es dann weil ich nicht lektionieren kann kollege kollege aber jetzt bin ich freue ich will aus zurück in den hafen und nochmal speichern der nicht angriffspakt wurde beendet mehr als bereits spiel stand gespeichert aber ich hoffe ich erinnere mich dran und schau hier nachher noch mal rein die königin ist wahnsinn geworden ihm ist unser ach der könig es ist ungewöhnlich schrecklich heiß heute morgen ist ein ruder wurde aufgetaucht das ruderboot wurde von ihm geschickt um hilfe zu holen da hat er den kamera überlebt indem sie über bord sprang und zu einer kleinen insel südöstlich der landspitze schwamm das muss ich mir mal genauer durchlesen das mache ich aber nicht mal in diesem stream so was ich bei dieser route noch mal eben so neu dummhausen da werde ich suppen einladen aber nicht alle sondern erst mal nur 15 und in dummhausen werden sie ausgeladen so wie schaut es aus hier wo die lager sind ziemlich voll wieso das eisen gerade so naja da haben wir ganz ehrlich eine kanonfabrik mache ich mal hier setze ich mal out of order so dann lass mal sehen verbrauchsgüter wo packe ich denn mal die rinderfarm hin haltet das förderband an also gut jungs ran an die arbeit so 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 Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Was macht denn die Krämerin Rauthaus, Bedürfnisbonus, Einwohner sind versorgt mit Markt, oh leu, das bringt mir nichts, weil ich habe überall einen Markt, ha, gut, den lasse ich mal, könnte vielleicht mal nützlich werden. Jetzt kümmere ich mich aber erstmal hier drum. Spielstand gespeichert. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Alter, dass die Moos-Sensivität immer runter geht, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, ich krieg hier kein weiteres Gebäude hin, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hieran kannst du dich mal so richtig austoben Brandgefahr plus 150% Dann nichts wie los Spielstand gespeichert Da hat das echolotisch schon etwas detekted Ich glaube, das da mit Mien kann das sein Ich stehe zur Verfügung, falls sie jemals eine helfende, wenn auch leicht, arthritische Hand benötigen Ach, arthritisch, jawoll Abtreten beginnen Oder? Ja, das sind... Hm, warte mal Ball drehen Lass mal kurzfristig überprüfen Neue Befehle Spielstand gespeichert Hä? Sind unterwegs Zum Horizont Aber in diese Richtung war auch noch was Ok, die gelben Linien gehen zur Aufgabe Nicht allzu viele Änderungen hoffe ich Blende, manöver Wirfte ich ihnen diesen Überhaus schmackhaften Kompromissloser Journalismus Abdrehen beginnen Abdrehen beginnen Abdrehen beginnen Schaden pro Schuss plus 10% Sind unterwegs Los geht's Entstehen Los geht's Los geht's Los geht's Sin son unterwegs fall drehen schaden schluss plus 15 prozent wird eben mal speichern wo wir sind schon bei zwei stunden der kritische zeitpunkt nähert spielstand gespeichert sind unterwegs man sieht allen geht es schon viel besser mal sehen was wir hier haben mein boot ist voll sind unterwegs zum horizont ich muss es leider liegen lassen so echolot aus und wo die noch mehr brauchen anhänger mal drehen spielstand gespeichert so die küche brauche ich mal hier mit hin mehr brauche ich glaube ich nicht die waffenruhe wurde beendet schiff unter beschuss schiff unter beschuss achtung admiral an wesen so was macht der hier schaden pro schuss plus zehn prozent weg weg plus zehn prozent plus 15 so dann lass mal kurz gucken dann nehme ich hier mal das bessere rein so das schmeiße ich mal über bord und hebt das gleich mit denen hier auf so und den hier nehme ich raus kurs gesetzt also der wäre ja macht jetzt 75 schaden so das ding jetzt voll ausgerüstet ich hätte auch gerne noch mal wieder ich möchte wir den mörser haben so auf jeden fall jetzt geht es erstmal hier weiter so ich mach mal hier zack und zack zack und zack 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 Gott hatte wenigstens... Ganz schön knifflig. Ganz schön knifflig. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Spielstand gespeichert. 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 das nicht ein schiff erster klasse ich hatte schon befürchtet dass die maschinen mich ersetzen würden jetzt geht paprika runter ich kann auch später weiter vielleicht freut doch nicht so viel so mal kurz gucken ob hier alles in ordnung ist aber ich hätte speichern sollen komm schon nicht abschmieren bitte nicht alter vater es ist ein guter stichpunkt jetzt mit anu feierabend zu machen und rainbow zu teilen spiel stand gespeichert hier ist alles gut hier sind die lager voll die laufen über ich meine arbeitsklamotten habe ich hier ja in was na weil ich brauche hier drüben auch die jagdgründe auf die alte dame ist verlass nützt nix aber ich brauche die jagdgründe dann war ich hier nämlich jetzt noch mal ein kleines kleines dorf finden aber nur ein klitzekleines dörfchen und dann kümmern wir uns im nächsten stream komplett um die neue welt noch mal ein kleines doch mal ein kleines weiter wir würden das ist jetzt wir Neue Ziele. Neue Ziele. Aye. In die Takellage. Steuermann. 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 Sie könnten der hustende Heizer am Kessel meiner Dampflok sein. Wie ich sehe, wollen Sie hoch hinaus? Aye. Ja, wer will das nicht? Ja, wer will das nicht? Ja, wer will das nicht? Neue Befehle? Wir machen das Beste aus unserem Leben. Spielstand gespeichert. Ja, wer will das nicht? Ja, wer will das nicht? Ja, wer will das nicht? Oh nein, ich habe wieder vergessen zu speichern. Ah, das ist jetzt, das ist eine blöde Aufgabe. Spielstand gespeichert. Flaggschiff steht zu Diensten. Warte, ich sehe immer wieder die gleichen Gesichter. Lotte erwartet Befehle. Alter, leck halt noch mehr rum. Lotte legt ab. Es könnte durchaus, ich hoffe, du findest es aufregend. Super. Zwei Begleitschutzmissionen. Zwei Begleitschutzmissionen. Spielstand gespeichert. Äh, wie ist das Schiff hier so lahm? Schiff unter Beschuss. Neue Befehle? Ihre Geister werden dir folgen. Schiff unter Beschuss. Segel! Schiff unter Beschuss. Bruder! Ah, das war ja schon mal blöd. Wasser. Sie haben ihr Flaggschiff verloren? Ja. Wie bedauerlich. Ich hab meinen. Und ich werde sehen, ob ich ein neues auftragen kann. Sind unterwegs. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Kurz setzen. Dürfte ich Ihnen diesen überhausschmeck? Kompromissloser Journalismus. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Oh, ja. Tschau. Sir Archibald Black. Ei, ei. So, ich pete jetzt mal hier direkt runter. Sie sind unterwegs. Die Waffenruhe wurde beendet. das sind unter der Brücke. Sie sind unterwegs. Ich bin dann mit der Brücke. Ich bin dann mit der Brücke befestigt. Ach, Bewegungsgeschwindigkeit minus 10%. Deswegen ist der so langsam. Na, ist natürlich belastend, wa? Oh, vergiss es. Ach, nü. Ja. Vorsetzen. Oh, sagen Sie nicht, dass... Flagship erwartet Anweisungen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Lasst mich in Ruhe. Die Attraktivität Ihrer Stadt hat sich verringert. Hat sie das? Genauso wie letztendlich. Können Sie mir vielleicht irgendein Restaurant empfehlen? Nein. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Spielstand gespeichert. Wir leben hier an einem guten Ort. Also, ich sollte das Ding hier vielleicht mal ausbauen. Kenin. So, ich sehen Sie, wir sind hier ok. Schauen Sie, wir sind. Sie haben ein neues Zwischenplatz. Und Sie sind immer gut passiert. ... totalgnade. зыk Pti, Rho! gar Reschai... Also, ich bin noch nichts für das, was der D�� deceive ich euch jetzt hier. Ich bleh richtig. Er, mich seid ihr Dank. Ich bin noch ein bisschen mit damals, aber meine shoes. Und, ich bin ne 전� ou , aber wiergchaun- Angst vienne die Dremacht? Ja? sie haben ihr flaggschiff verloren wie bedauerlich ich werde sehen ob ich ein neues wieder ein schiff wurde zerstört bei der w er hat naja berufsrisiko habe ich ja noch die inselanteile habe ich neue befehle schiff unter beschuss leinen los spielstand gespeichert auf die alte dame ist verlass ok zehn schnaps und arbeitsklamotten und der bischof wollen hier passiert oh schade an dampschiffen volle segel die geschosse ziert alle befehle steuermann volle segel sind unterwegs handwerk zur unkennbarkeit entstellt die waffenruhe wurde beendet botanischer garten kriege ich da zufällig im museum ich habe zu weit runter gescrollt das ist nicht gut bachelor 0 10 und dem 2 und kein wunder dass man aller orten despektierlich über sie spricht ah ehre ist unbezahlbar ich habe keinen plan wo ich im botanischen garten herbekommen in die takelage die sind ein botanischer garten wo kriege ich ihn her kriegsschiff meldet sich zum dienst spielstand gespeichert die geister werden wir folgen alle 81 schon sind unterwegs gefällt mir siegel super was soll ich denn mit siegel naja gehen wir noch mal wieder zurück und gucken was hier los ist neue ziele na das was ich hier habe immer noch zu viel naja ich wollte der fenster holen kriegsschiff meldet sich zum dienst segel setzen von mir aus freigegeben die aus fern 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 Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht. Keine Änderungen? Mehr als bereichert. Wirklich? Keine Änderungen? Keine Änderungen? Leinen los! Neue Befehle, Admiral. Neue Befehle, Admiral. Neue Befehle, Admiral. Spielstand gespeichert. Neue Befehle, Admiral. Neue Befehle, Admiral. Mein Leben ist halb geliebt. So, das brauche ich halt nur noch. Aber warte mal. Ich will jetzt endlich, dass die Leute in die Universität gehen. Neue Befehle, Admiral. 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 Neue Bebele. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, nice. So, jetzt wollen wir noch rum und Pates-Mentel. So, und ich werde jetzt zwei neue Linien-Schiffe fertig machen für das Cup hier, wo wir gerade sind. Denn diese Schiffe will ich eigentlich rüberschicken, die hier viel Damage machen. Die kann ich ja schon mal so nennen. Oh, ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Oh, Echolot mit hoher Reichweite. Du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erledigen. Erreichen Sie die Tauchstelle im Mittelfeld des Echoes. Neue Befehle! Ich fahre mal hier hin. Ist das diese Tauchstelle? Die ist dann bestimmt hier hinten. Ah, das ist auch nicht die richtige Tauchstelle. Ah, jetzt habe ich die neue Tauchstelle auf der Uhr. Zum Horizont! Sind unterwegs! Wendemanöver! Zum Horizont! Oh, das war nicht die Richtige. Beidrehen! Na toll! Wendemanöver! Auch nicht die Richtige. Wendemanöver! 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 Zum Horizont! Wendemanöver! 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 Ich bin gleich wieder voll, ey. Schliegule. Wendemanöver! blanke selbstmord vater muss sich schon sehr sicher gewesen sein dass das zepter an bord war sie konnten beobachten wie lakon das flagship an der küste hat das geht das schiff nicht in seinem tagebuch vermerkt richardson das werde ich mir das werde ich später mal abschicken ich muss auf jeden fall diese aufgabe hier erledigen weil ich will das neue das echolot haben noch neu aber da ich jetzt folge muss ich erst wieder zurück ein schiff erster klasse zum horizont nicht allzu viele änderungen hoffe ich neben all den anderen spitznamen haben wir begonnen promissloser journalismus moment mit dem brot los brot alles anhalten zurück an die maschinen spielstand gespeichert das problem ist ich weiß ich für die tauchstelle ist zum horizont mal drehen mal drehen Auch wenn er der Sache der Rebellen nicht gleichgültig gegenübersteht, gibt es für ihn keinen Grund, ihr gesucktes Schiffen nicht zu plündern. Jetzt frage ich mich gerade, ist diese Aufgabe jetzt noch in dieser Welt oder nicht? Ne, das muss hier sein. Sind unterwegs. Das Problem ist nur wo. Ich glaube ja nicht, dass das so weit unten ist. Spielstand gespeichert. Wende, Manöver! Alter, Verkaufspreis. 500.000. Alter, wo mag diese Stelle sein. Alter! Oh, Moment, ich hab was. Abdreh in Beginn. Los, gib Gas. Es geht hier um Leben und Tod. Sind unterwegs. Beidrehen. Ei. Beidrehen. Ei. Auf dem direkten Weg zurück. Spielstand gespeichert. Und dann verkaufen wir das Ding und macht die Mille voll. Geleitschutz beginnt. Na, hast du was zustande? Ja, ganz genau, wie ich es mag. Ich erlob, mit hoher Reichweite, dass nahgelegene Aufgabenziele Schätzer Miene enthüllt. Gut. Gut, dann tauche ich das einmal aus. Huch. Uh. Uh. Der hat schon gleich was. Aber egal, ich will jetzt ein bisschen Stuff hier mal verkaufen, was ich nicht brauche. Na gut, so viel habe ich hier nicht. Ist das aufregend. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oh. Verdammt, ich habe vergessen, dass ich nicht so weit reinzoomen kann. Schöster. Schöster. So, nein, halten. Mach dir wie viel Reichweite, das Echo Lot hat. welchem weißt du das deren n a t a d a r n a t da war schon ein bisschen reichweite Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss schon sagen, dass das Spaß macht, ne? Ah, Fisch? Was soll der mit Fisch? Ball drehen! Die Menschen lassen sie hochleben. So, das soll weg, das soll weg, das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. Ach, das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Was, wo fettes hin? Spielstand gespeichert. Äh, falsche Richtung, wir müssen hier landen. Ha, moin, wieder durch. Schiff unter Beschuss. Neue Befehle. Alter, der kriegt mich doch sowieso nicht. Schiff unter Beschuss. Oh, tut er doch. Das ist nicht so gut. Scheiße, das ist dumm gewesen, was ich gemacht hab. Weg mit dem alten Kram. Ich hab da eine fette Gelegenheit aufgetan. Ja, los, gib her. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Ja, danke, aber ich brauch deine Moneten nicht. Ein Schiff wurde zerstört. Oh Gott, was ich brauche, ist das hier. Alter, bevor das da hinten die spawnt. Da gibt's viel zu. Alter. Zum Horizont. Ähm, na super. Wir müssen laden. Denn mein Echolot ist weg. Oh, ne, doch das Spiel ist jetzt gerade. Ah, ne, doch nicht. Vor drei Minuten, ich werde diesen Autosave laden. So, ich wette, dass das Spiel, Asche, wenn es abschmiert, bedanke ich mich fürs Zuschauen. 400 bis dabei gewesen sein, wenn es abschmiert. Weil, wenn das Spiel jetzt abschmiert, schmiert auch gleichzeitig OBS mit Abonen. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen, ich verabschiede mich schon mal im Voraus. Das ist ein bisschen blöd. 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 Bis zum nächsten Mal. Das ist ein bisschen blöd. Ich warte, dass das nicht blöd. Ich hörte dich ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Du bist meinst. Ich brauche mich alles zu schmiert. Ich brauche mich, die sich gut nach dem. Ich brauche mich, die sich zu schmiert und macht das komplette. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein letzter Blick. Diese Zufriedenheit. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Schiff unter Beschuss. Geleitschutz beginnt. Oh. Halt! Hast du was anderen? Du bist ja schnell wieder zurück. Dieser Synchronsprecher, ne? Hey, ich hab doch auf drei erhöht. Oh. Oh, wir brauchen mehr Bier. Haltet das Förderband an. Die Pause ist vorbei. Hä? Sollte der nicht? Alles bereits. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Untertitelung des ZDF, 2020 Spielstand gespeichert Neue Befehle? Ja So, diese zwei Schiffe werden in die neue Welt gehen Und das hier wird da auch bleiben Aber mit denen mache ich diese neue 3 So, theoretisch kann ich das jetzt schon mal losschicken So, Expedition, die neue Welt Die neue 3 geht da hin Lassen sie uns das alte Fernrohr ausfahren Warte mal, was hat der Sekt noch gleich? Redegabe Nach dem ersten Sturm Weiß man, ob man zum Seemann taugt Ah, Jagdglück Redegabe Und jetzt brauchen wir noch Kampfkraft So, ich nehme aber nur 20 Pelzmäntel mit Es wird wieder einmal taco Und jetzt brauchen wir noch ein paar Wir sehen uns beim nächsten Mal So, ich nehme noch ein paar So, ich nehme dich So, ich nehme dich Und jetzt bin ich Au re findest du Und jetzt bin ich Andere immer noch ein paar Alter, das ist ja jetzt hier mal. So, ab dafür. So, an den Piraten vorbei, aber der fährt auf der Seite vorbei. Da schießen die Piraten nicht hin und er kann sich was selbst verteidigen, ne? Äh, 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 oi. Wo fährst du hin? Ich hoffe, dass die Schiffe später da nicht langfahren. Wir können nur auf guten Wind hoffen. Ich muss das so einstellen, dass die Handelsschiffe so dicht wie möglich am Kartenrand langfahren. So. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. So. In die Takelage. Neue 2. Es sieht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Neue 3 ist gerade unterwegs. Neue Befehle. Und du wärst die neue 1, Alter. Weil da will ich nur Schiffe mit Feuerkraft hinhaben. Neue Befehle. So. Lass mal sehen. Spielstand gespeichert. Was kann er denn? Oh, beeinflusst. Alter, 300%. Die Waffenruhe wurde beendet. Der kommt hier sofort rein. Warte mal, ich pack das Ding mal. Na, ne. So, Seelsreparatur. 300%. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Achtung, Admiral anwesend. So, dann kann ich hier eigentlich schon mal alles vorbereiten für die Pates-Mäntel. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, jetzt schon. In die Takelage. Man sieht, allen geht es schon viel besser. Kap 1. Einmal, ich brauche noch ein Schiff. Achtung, Admiral anwesend. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, du kommst zu... Oh, warte, warte, warte mal. Kannst du vielleicht irgendwas mitnehmen, was du noch so gebrauchen kannst? Handelskammer war für alle Produktionsgebäude. Oh, den brauche ich drüben. Oh, den brauche ich drüben. Den brauche ich auch drüben. Nö. In die Takelage. Du hast geblüht. Volle Segel. Hä? Hallo, ich sehe jemand. Na gut. So, warte mal. Was habe ich jetzt hier? Alle Eisenhütten und Schmieden. Moment, den wollte ich auf diese Seite mit rüber nehmen. Segel setzen. Aber das kommt rüber und das kommt rüber in die neue Welt. So. Neue Befehle? So, da wollen wir auch nochmal speichern. Das alles hier kommt mir bekannt vor. Spielstand gespeichert. Ach, Lut. Achtung, Admiral anwesend. Oh, schon die Spawns. Steuermann! Neue Befehle? Wir können ja schon mal Stahl reinhauen, denn da können wir drüben auch gut gebrauchen. Wir schlingern ins Ungewisse. An die Kanonen. Hohoho. Auf die Festung feuern und Gefangene evakuieren. Es macht mir nichts aus. Gut, dann machen wir nochmal speichern. So. Und sobald jedes Schiff drüben ist... Spielstand gespeichert. Neue Befehle, Admiral. Wenn wir sagen, läute ich so langsam mal den Feierabend ein. So, ich bereite die Schiffe schon mal vor. Stahl ist wichtiger. So, ich habe ja hier den Mindestbestand. Spielstand gespeichert. Oh, 42. Schiff vom Stapel gelaufen. Achtung, Admiral anwesend. Ich bin zuversichtlich, dass wir... Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht wie... Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? In die Tökelage! Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gemeinsam triumphieren wir. Gerade begangen wir die Stühle... ... ... ... die lager sind schäbig das schiff ist fertig für die neue welt genauso wie das andere was in der alten welt steht spielstand gespeichert da kommt er gerade wieder leute ist schnell aber ganz ehrlich fenster reduziere ich jetzt mal wieder beziehungsweise stelle fenster komplett ein die feierlichkeiten sind beendet die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert aber ich glaube wir brauchen doch mit suppenküchen aber kann ich leben sie die zeit zum denken auch natürlich ich den kopf aber es steigt 123 haben wir immer auf lager und wir haben jetzt schon 125 die tendenz ist gut so ich war jetzt nochmal annehmen und will nochmal rüber gehen aber ich habe hier echt keine keine fenster mehr ich wusste gar nicht dass ich so produktiv sein kann spielstand gespeichert und dann brauche ich auf dummhausen nur noch eine universität rum und pelzmöntel die menschen lassen sie hochleben nicht schon wieder achso das ist in der kleinen insel was wollen die denn da hochleben ich bedauere die arbeiter im angesehen so das schiff geht rüber es ist fertig vollgeladen mit stahl und macht 81 schaden da hatte ich nicht und hält auch mehr aus alles bereits so der fährt voll hin aber lehrt zurück das ist gut ob sie sind jetzt vom stapel gelaufen ach war hier wieder irgendwo eine krankheit ist kriegsschiff meldet sich zum dienst so und das ist die alte 2 jetzt haben wir achtung alte 12 in der alten welt habe ich jetzt zwei schiffe und im cup habe ich ein sind das neue welt gibt es drei schiffe die brauchen wir da auch so ich gehe noch mal wieder zurück diese stadt zieht helle köpfe magisch an man machten der vierte hörte achtung der bosch wir machen hier nix mehr so wie sie es gesagt haben war für tierhöfe nicht schlecht so hier schlangen wo nach einem platz mehr frei was führt sie zu uns ich kann noch keine bauen doch kann ich ich habe keine handelskammer schade und hier hinten ist ja nix mit tieren jetzt wollte ich gerade in der alten welt gucken aber dann nützt mir das ja nix weil ich ja das vieh teil hier habe ich wollte noch mal kurz gucken wir haben hier ein krankenhaus krankenhaus ist gut abgedeckt feuerwehr ist auch alles und bullerei ist fast alles so jetzt speichere ich das noch mal und nenne das hier neue welt ich bin unvollendet wir haben alle bedürfnisse erfüllt es ist trivial das wird sie kaum stören genießen sie einem von malchen zu dienen spielstand gespeichert achten wir anwesend lotto bereit naja ich freue es mal hier oben hin da ist ja noch alles zähl naja die schiffe sind jetzt hat mir so die schnellsten von ich darf den einigen waffenruhe wurde beendet den hier weil der ist voll bis oben hin lotto bereit okay ich mache das nur mit ein der andere ist mit zu langsam mehr als bereit gut ich hoffe ich erinnere mich dran und gehe jetzt in pause und dann nochmal eine runde rainbow so spielstand gespeichert gut falls mir hier alles abstürzt sage ich vielen Dank für zuschauen falls hier jetzt nichts abstürzt sehen wir uns gleich wieder bei rainbow bis gleich bis auf bis auf gott gott